servus leute willkommen auf meinem krasse channel hier passt man auf hier ich will euch mal was krass zeigen ich bin ja gerade krass bei ZEI auf seinem krassen youtube channel wie man sehen kann der hat 4,3 millionen abos also rund 4,4 millionen so und ich habe mitgekriegt dass sekundenweise seine abo zahl stetig am steigen ist wir laden mal bloß neu also ihr seht 940 geh 980 das ist doch sagenhaft bombe was geht ab das ist einfach zu krass gut jetzt mal geblieben bei 980 aber ist schon heftig waren schon wieder 40 neue abonnenten also schon übelst heftig und dann machen wir jetzt noch mal schön wird neu laden gucken mal siehst hier schon wieder 9 abonnenten mehr mal sehen ob wir heute noch die zwei hier vorne erreichen also 2009 ja wir haben es erreicht das ist krass gell das heißt ich habe hier nicht irgendwie was extra aufgenommen oder so ist total live und in war das ist eine offizielle seite hier auf youtube und das ist einfach nur heftig da verschlägt es mir das ist gesagt die sprache und man sieht schon mal erzählen noch mal mehr wo auch einfach krass also sagt was er wenn er was zu sachen hat dazu also ich finde es einfach nur krass geil und tschüssi